Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Trading-Tipp heute am Donnerstag. Gestern war Karneval die Aktie des Touristikkonzerns, wieder einer der Top-Gewinner, plus 2 Dollar exakt, plus 9,4 Prozent. Das Unternehmen hat einen Junk-Bond platziert über 2,x Milliarden Dollar zu einem Coupon von 4 Prozent. Klingt viel, ist aber deutlich weniger als die Summe oder der Coupon, den Karneval für eine Anleihe, die man letztes Jahr in der Krise begeben hat, zahlen muss. Da waren es über 11 Prozent. Also die Refinanzierungskosten sinken damit deutlichst und die Aktie ist an die 200-Tage-Linie drangelaufen. Jetzt kommt es darauf an, schaffen wir diesen Widerstand, hier auch noch dieses Tief in Verbindung zu überwinden, dann sind wir ganz schnell wieder im Bereich von 25 Dollar. Von der oberen Range hier wollen wir mal noch gar nicht sprechen. Zu volatil wird das Ganze natürlich auch sein. Weil mit dem Vormarsch der Delta-Variante hat man natürlich die Sorge, dass auch wieder die Schiffe im Hafen bleiben müssen. Und deswegen hier eine kleine Trading-Spekulation, auch mit kleinem Faktor, nur mit 2, weil die Aktie ohnehin schon spekulativ ist. Da muss man jetzt nicht noch einen Hebel von 3 oder 4 draufpacken. Zweier Hebel, zweier Faktor, kostet 6,23, die MA5QA1, ein Produkt unseres Partners Morgan Stanley. Wie gesagt, kleine Position, Chance, trotzdem auf kurze Sicht, ich sage mal zwischen 15 und 20 Prozent. Aber wie gesagt, Spiegel bitte nur verwenden. Ein Blick auf gestern. Gestern hatten wir Coca-Cola. War schon deutlich mehr im Plus. Schade. Also wir waren, also die Aktie hat ja, das Unternehmen hat ja sehr gute Zahlen gebracht, Ausblick angehoben. Neues Hoch auf Intraday-Basis, auch auf Schlusskursbasis sind wir auf ein neues Hoch raus. Das muss jetzt bestätigt werden. Aber wie gesagt, wir waren schon höher gewesen. Der Schein so im Bereich 7,20, 7,30 auf der Geldseite. Wir haben noch ein kleines Plus. Ich würde mal den Schein laufen lassen. 60,13 Dollar etwa ist das Allzeithoch. Da fehlen 3,5 Dollar. Und die sollten wir doch in den nächsten Wochen auf jeden Fall mal schaffen. Und dann dürfte der Schein eher im Bereich 8,28 notieren. Und das ist so das Ziel, das wir hier mit diesem Faktorschein verfolgen. Das war es von meiner Seite. Gute Kurse. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Bis morgen.